Weihnachten ist heuer ganz anders. Das kann man jetzt schon spüren. Wie ist es bei dir? Wann ist für dich Weihnachten? Erzähl es uns. Schick ein Bild, ein paar Zeilen. Zeig uns dein Weihnachten und hilf damit Tiroler Familien in Not. Für jede Einsendung spenden die Tiroler Raiffeisenbanken an das Netzwerk Tirol hilft, damit da jene Menschen im Land, denen es Gott nicht so gut geht, Weihnachten spüren.